Im Samen des Volkes. Deutsche Männer im ergusfähigen Alter. Verschwendet nicht euer arisches Sekret. Es enthält schöpferische Energie, Nährstoffe und männliche Kraft. Verwandelt das Taschentuch, nicht in ein Mahnmal der Schande. Und reißt euch am Riemen, aber fasst ihn nicht an. Aktion Kraft durch keine Freude. Deutscher Samen, nur den Damen.